ja gucken wir mal was läuft wir müssen ganz nach Rom, das weißt du ich bin doch schon dabei ich bin aber weiter als du ja weil du wahrscheinlich irgendwie fliegst oder so ich bin aus dem Hedi gesprungen ich bin im Hedi gespawnt und dann ich bin da gleich rausgesprungen ist nicht immer verwundert dass der Typ zu lange springen kann ach da willst du hin Ziel ist markiert der Indie mit ner Dings kann aufm Panzer schießen erster kill da ja geht noch nicht ich bin noch nicht nah genug man wie lange brauchst du denn ja ich bin halt zu Fuß über den ganzen Berge laufen ja ich bin auch nur zu Fuß ja glaube ich auch unter uns unter uns es steht was oh da ist keiner drinne ich habe Angst dass der Flieger uns sieht ja so weit weg ja ich kann nicht so weit hochziehen fuck der weiß ich sehe mal Mensch alter jetzt mach doch mehr Reichweite du scheiß scheiß Teil da hauen die denn alle ab da da kommt ein Havoc da hinten da ist gerade ein Havoc hoch links 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 in der Stadt da ist ein Flugabwehr ich habe Panzer markiert oh ähm Außenposten ey ich hab nichts drauf ja ich war gerade aber da links war gerade einer bei B aber im Flugabwehr da da ich bin drauf da kriegst komm mal wir war irgendwas ah schon wieder getroffen ja das Rohr da sind so viele Panzers ey oh da 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 unten da unten der panzer der schießt auf uns der andere schießt auf uns ja ja lol die german ist ja behindert die hatte niemals so autoschuss außerdem habe ich keine munition mehr du bist ja ein droll ich würde jetzt so lachen wenn jetzt der panzer hier hochkommt der ist hier oben hallo 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 hier bin ich hier welchem squad bist du äh ich äh was hast du nicht im 1-quad keine ahnung nicht mehr lol wie der panzer da runter hat jumpt ich bin in dir in dir gibt es bei mir ich bin geswitcht worden jetzt also bei den gegnern ja warte lol wie neben mir gerade ein jet geflogen ist team wechseln hoh runter ne india join ich nehme mal jetzt aber statt werkzeug minen mit oh da kommt ein flug abwehrpanzer hä deswegen hat die markierung jetzt da unten aufgehört ja so mein ding super kann man eigentlich mit der jevelin nur schießen wenn jemand anders das markiert hä was kann man mit der jevelin eigentlich nur schießen wenn jemand anders das ziel markiert ja das ist ja mal übel so meine tochtsbläme ist kaputt scheiße da unten niemand ne aber irgendwie ein ziel was ich anscheiden kann oh da unten ist mensch aah boah was für ein krater nicht schießt der mit ach hängt ihn ich laufe immer runter und versuche mal Ich werde getroffen. Lol, lol, lol. Ah, deswegen hat es die ganze Zeit... Das ist das scheiß Fahrzeug hier. Das scheiß Jeep, der hier die ganze Zeit nachjoint. Da hab ich nämlich zwei Mal drauf geschossen, glaub ich. Mann, ihr schießt ein Scharschatz ständig auf mich, alter. I know. Ich bin ein Schuss auf mich, alter. Ich bin ein Schuss auf mich, alter. Woah, jumpen. Ist klar, von irgendwo kam der Schuss. Doch, unglaublich. Ein Feindeser Schuss auf mich, alter. Ich bin ein Schuss auf mich, alter. Ich bin ein Schuss auf mich, alter. Ich bin ein Schuss auf mich, alter. Und kann man auf Helis ohne Markierung schießen? Äh, ohne Markierung nicht. Nur mit Markierung. Schwul. 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 Ja, ich bin ein Schuss auf mich. Komm schon, komm schon. Ah und, den Romanometer. Ja, super ey, nur vom Feinden umbringend. Auf einmal steht ein Panzer hinter mir, der wie du meinst, seiner SKS. Ah, ich bin kein Squad mehr. Loll. Bist du vielleicht auch geswitcht worden? Nein. Loll. Aber irgendwie gibt es in India gar nicht mehr keine Zeit. Doch, ich bin nur drin. Oder wurde ich rausgekickt? Keine Ahnung.